Musik Ja, Russland mit drei guten Jungen. Starker Gegentops von jetzt. Und den ersten nutzen sie direkt. Den ersten. Platzmann spielt. Für die Obererdenbach-Partenbürger. wirklich der beste spieler hier am tisch 3 fehler in folge auch jetzt wieder was zu bild werden. Den ersten nutzen sie direkt. 11 zu 7 geht der dritte Satz. Die jungen Spieler. Und jetzt sind sie. Mach den zweiten. Kein Bad Homburghap. Wahnsinns Ballwechsel. Wie haben sie den denn noch geholt? Wenn sie mal wie Thiago Apollonia diesen Ball zurückspielt. Aus der Defensive in die Offensive und dann zum Punkt gewinnen. Aus der Defensive in die Offensive in die Offensive in die Offensive. Und wieder ist es Thiago Apollonia. Mit dem Vorhandflip beendet er das Spiel. Somit gewinnt Neuen im abschließenden Doppel mit 11 zu 8. So mit dem Schluss.